So, wir sollen eine Raketenbasis in die Luft jagen oder so ähnlich. Ähm, wir holen uns erstmal wieder unseren... Was holen wir uns denn? Ja, wir holen uns den Beta Romeo. Ähm, einer, und dann fahren wir. Und gucken mal, was wir machen können. Und ich glaube, nach diesem Part lasse ich auch die Aufnahme von Saboteur erstmal wieder sein. Der soll jetzt eigentlich 15 Minuten gehen. Wenn die Mission länger dauert, dauert der Part länger. Sollte euch nicht stören. Ähm, da muss ich nur gucken, wann ich es hochlade, weil dann das Video so irgendwo ausgibt. Aber egal. So. Ähm, na, ja. Entspannende Musik. Den konnte ich jetzt echt nicht kommen sehen, oder? Was ist das da rechts? Ne, egal, wir fahren einfach weiter. Da steht überall Benzinkanisterung. Was haben die denn hier auf dem Land? Ach so, und links ist der Bahnhof. Oder, nee, doch nicht. Hm. Wow. Zerstöre Jumbo der Dingens. Chateau der Jumbo. Okay. Yo. Ist klar. Ist klar. Wow. Ach, nee. Meint ihr das ernst? Nein. Jawohl. Oh, das ist Tommy im Geh, das sieht ja mal gut an, oder? Wow. Okay, das wird mir jetzt schon wieder viel zu viel hier gerade. Na, geil. Na, mal sehr geil. Ähm, rüberwerfen? Geht das? No. Okay, 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 komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Alter. Boah, Alter, ich war... Was hab ich denn hier gemacht, ey, mein Gott, Terror-Tropp. Boah, soll ich mich sterben lassen? Das ist ja mal übelst scheiße, was ich hier angestellt hab. Oh, Terror-Tropp. Mein Gott, die Dinger sind übelst scheiße. Wirf das bitte da drüber. Du bist so doof. Mein Gott, bist du doof. Oh, ich möchte eure MGs haben, im Ernst. Das hat sich gekotzt, ey. Wie, der lebt noch. Alter. Alter. Okay. Wer? Du. So, jetzt wollen wir hier hochklettern. Hoffen, dass der... Alter, warum... Bist du so doof, da hochzuklettern? Ach, weil der... Lustig, weil der Typ... Weil der... Okay. Okay. Mal sowas von. Heyho. Wir haben eine Terror-MW. Wow, okay. Wollen wir nochmal kurz vorne auf den Platz reingucken, was hier noch so rumliegt. Zum Beispiel sowas. Uhu. Boah, wir haben fast 600 Munition auf dem Teil. Krank. Oh mein Gott, ich stehe hier scheiße. Ähm. Wow. Und das müssen wir auch kaputt machen hier. Okay. Oh, und wir haben noch RDX. Achso, dafür müssen wir auch irgendwas machen, um Similaren freizuschalten oder so, ne? Hallo. Oh, ist das Teil geil. Krank. Eigentlich ist das wie... Alter. So. Oh, hi. Nein, wir sind gestorben. Sehr schön. Sehr schön. Wir waren gar nicht mal so schlecht. Ähm. Okay, das ist ne... Das wird ne heftige Mission. Ich glaub, das wird auch ein bisschen dauern, bis ich das überlebt hab. Also, bis ich das kaputt gemacht hab und überlebt hab. So. Weil wir haben jetzt eigentlich schon wieder richtig viel Zeit verballert und, äh, ja. Scheiße halt. So. Achso, das ist... Das da ist jetzt schon am Arsch? Und der Turm ist weg und alles? Hä? Das heißt, wir speichern nach jedem Zerstören? Echt? Das heißt, wir haben unsere... Wir haben immer noch unsere Tommy-MG, aber... Okay. Okay. Das muss ich nicht verstehen, oder? Ähm. Ähm. Wo bist denn du? Ach da. Höh? Ach, Fick. Das war das Teil, was hinter uns stand. Das hatte ich ganz vergessen. Okay, das war... Das war jetzt eigenen Doof. Das muss man zugeben. Ist das jetzt auch schon kaputt? Cool. Zumindest haben wir schon was kaputt gemacht, aber das ist noch nicht drin. Ich... Ich hab im Flug die Kiste geschrottet. Haha. Sehr geil. Eins? Okay. Jetzt kaputt machen. Jetzt ganz schnell davon wegrennen. Das dann noch kaputt schießen und hier den deutschen Außen, der hier rumstand. Okay, den haben wir sogar getroffen. Sehr gut. Hi, Typ. Jo, dann geht's. Sehr gut. Ähm. Hey, ho. Schön, dass du auch mitfeiern willst. Oh, hi. Eins. So. So. Ähm. Kaputte machen. Wegrennen. Und... Granate geworfen. Oh, Mann. Falsche Taste drücken. Das ist immer gut. Da oben stehen. Oh, Gott. Wie geil. Uhuhuhuhu. Halleluja. Halleluja. Oh, Gott. Das ist gut. Ähm. Dem Headshot verpassen. Ähm. Dem und dem Headshot verpassen. Okay, die Sniper ist hier Gold wert, muss man sagen. Uhuhuhu. Zack. Uhuhu. Zack. Und hier liegt so viel MG-Munition rum, dass wir... ...dass auch witzschnell alles wieder haben. Uhuhu. Ähm. Alter, du stehst da irgendwo falsch. Ähm. So. Wir rennen wieder weg. Mal hier drauf. Scheiß Idee, weil... ...hier überall Zeugs rumsteht. Was macht der da? Hallöchen. Seilkünstler. Wo will der... W-w-w-w-w-w-w-w-wut? Und dann fällt der da runter? Echt? Coole Sache. Ähm. Das war... Das war geil. Das möchte ich auch können. La, 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 la. Mach die Kiste kaputt, du voll Idiot. So. Auch kaputt machen? Shall we make it kaputt? Leider hoch? Ey, wir können da hoch. Ähm. Ist da oben irgendwas tolles? Oh yeah. Können wir da rein? Nö, natürlich nicht. Ähm. Ja, wir müssen jetzt natürlich auch noch die Leiter runter. Hallo. Oh, fick dich. Oh, fick dich. Wow. Okay, das war... Du hängst gut da, Kumpel. Ähm. Das war die Rekete. Okay, gut. Hallo. So, okay. Ähm. Während nichts passiert, rennen wir jetzt einfach zurück. Aufs Gelände. Weil das hier war ja eigentlich nur eine Nebenstation. What? Durch sein Helmchen durchgeballert. Man hat nichts anderes gesehen. Nur das Helmchen. Hopp, hoch da. Alle Touren. Das lässt sich auch machen. Jetzt müssen wir irgendwie noch hier hochkommen. Hi. Ja, schieß daneben schon. Supersache. Mal direkt vorsorgen. Ich kenn das ja hier. So. Das wollte ich nämlich. Ähm. Und hier können wir hoch. Heyho. Oh, fick dich sind hier viele Benzinkäste. Nicht gut. Und du gehst mir richtig auf die Eier. So. Und du gehst mir auch richtig auf die Eier. Ja, du kriegst auch deine Eier. So, eins, zwei, drei. Hm. Schokoriegel. Yay. Hallo. Ins Bein geschossen. Und davon stirbt er direkt. Machst du bitte irgendwas davon kaputt. Bitte. Danke. Und. Bämst. MG-Munition.